hey 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 schönen guten abend alle zusammen und herzlich willkommen bei einem erneuten live stream auf diesem kanal wie gesagt fancy star online haben wir durchgespielt auf normal mit humor in endboss besiegt war sehr sehr happy hat mir sehr viel freude gemacht jetzt sagte ich mir bevor wir ich habe mir geschaut wir können nur ein spielstand von fancy star online auf die speicherkarte haben deswegen wenn wir ein neues game machen mit anderen charakter versuchen wird der alte spielstand gelöscht das heißt dass ich jetzt wenn ich fancy star online spiele hart spiele und dann sehr hart und dann den champion wechsel wenn das passt mit der speicherkarte ich glaube da ist auch nicht mehr so viel platz genau das ist so der 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 plan das dazu jetzt haben wir entspannt erst mal ein bisschen powers von immer jetzt wollte ich gerne mit einem titel steht mit ajami spielen so wir haben ja mit joma und mit falcon haben sie schon gespielt jetzt wollte ich mir durch spielen gucken wir mal erst mal ein stern und ganz entspannt haben verbunden bevor wir dann schauen ich habe sie noch nie gespielt vorher ich bin bin ich mir da nicht so ganz sicher ich muss mich natürlich erst mal erst mal ein bisschen einspielen und schauen wie es da aussieht aber joma finde ich der coolste champion kathie bisschen anders deswegen so das war nichts das war nicht nicht so das war nicht so das war nicht so das war nicht so es so noch fast ich kann das war nicht so das war nicht so sehr schön perfekt alles gut alles gut nein geschafft sehr schön stage 1 habe gesagt mal gegen falcon okay Es ist schön. sollte ausreichen perfekt das liefer entspannter jack ist immer so ein bisschen schwierig generell ein bisschen komisch nicht schwierig aber komisch der fight ging kommen schade sehr ärgerlich ja Ich bin der 2.0. Ich bin der 2.0. Perfect. ich mache auch von anfang an nur ein match also eine runde und nicht 3 das sonst zu viel wird so ist es doch schon besser weil später wenn man gegen walgas spiel dreimal zu zweimal zu gewinnen manchmal gefällt es nicht so okay verwandelt sich ich nicht aufhalte und schaffe ich nicht schlechter anfang geschafft dass ich da überlebe freundlich gedacht ich bin echt ich merke schon ich bin echt ein gerastet ich habe keine pause noch mehr gespielt deswegen er hat mich gekontert ich habe verklickt ich wollte eigentlich er drücken die ehrtacke oder war bisher muss man gucken fähigkeit genau das heute gut schaden gut schaden gut schaden schaden gut schaden Das war's für heute. schlechter jump schlechter anfang yeah 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 Was ist das? das andere fahrgang krieg ich jetzt schon ui gegen mein dupe bin ich mal gespannt guter schaden höchstes andere wir haben andere kleidung so jetzt kommt der pirat und dann genau und dann kommt weil gas oder so das wird eine ausforderung die hat schnelle schneegast nicht gut zu lange wartet gehen wir nach oben der verschwindet gleich so gut läuft es gar nicht nicht ich bin nicht schaden er macht voll viel okay ja 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 ich ja 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 Nice. Action ! Okay, ist okay. Ah ne, doch nicht okay. Guter Anfang. Ja, guter Anfang, aber dann, nachdem ich da meine Ult nicht durchbekommen habe. Aber vorbei. Da. Der dann Bauchhammer gemacht hat. Der Bauchklatscher. Aber... Nice. Das sind schwierige Sachen jetzt. Okay. Das sind schwierige Sachen jetzt. Sprengen. Das war sehr, sehr wichtig. Ich bin jetzt da. Und zwar noch etwas passiert. Ich bin jetzt hier. Das ist schon mal. nice unschieden es gibt es doch nicht misst schade 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 war ich mir sicher aber eine sekunde später und dann hätte ich ihn schlechter start So, so far. Oh, ich bin mir geschafft, schade. Ich bin mir geschafft, gut. Geschafft gut. Boah, ich muss mit fighten. Das gibt es doch nicht. Er ist das echt. So eine Kacke. Der Traur ausfügt. Das ist ja Kacke. Und jetzt kommen noch ein Hattestes. Oh, das ist doch ohnehin. Da wird noch raus. Das ist ja Kacke. Der Dare! ja nicht geklappt ja sehr gut das klappt ich habe da noch versucht was zu machen, weil ich jetzt hin habe Zeit jetzt greift er natürlich nicht an ich stehe vor ihm er schiebt mich einfach nur weg ich stehe 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 ok er hat beide der mitsch der hat das gibt es doch nicht alles ist unglaublich das ist unglaublich ich habe es geschafft aber musste gewonnen haben ja ganz ganz knapp super ja sehr schön haben wir perfekt durchgespielt gg das ending ist ja bei jemanden das von der dings her und den bildern story ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und wir speichern brauchen wir eigentlich gar nicht und dem ding ist kann ja auch immer machen auch immer das erste den ersten stein dinges hat stern nicht hat kann man trotzdem zwei stellen und soll so ich bedanke mich fürs zuschauen das war wie gesagt ein stern war ein bisschen holprig sage ich so ist immer so beim ersten stein meistens 23 geht dann besser und wie gesagt von der schwierigkeit her von den stern der merke ich dann nicht so einen krassen unterschied aber gesagt ein stern nichts mal machen wir dann zweiter also ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch noch schöne zeit bis wir uns das nächste mal sehen hat mich sehr gefreut was